Liebe Bananas-Freunde, wir melden uns live von der Schachweltmeisterschaft 1983. Die letzte Partie ist gerade zu Ende gegangen. Hier steht er neben mir, ein bisschen matt noch, gerade vom Brett ist er gekommen. Mr. Taschenko, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Nun wurde ja bei der Internationalen Schachunion Beschwerde eingelegt von Ihrem Gegner. Er sagt, Sie hätten ihn erheblich abgelenkt. Ist diese alberne Feststellung auch Ihre Meinung? Ja, ich sehe es nicht wahr. Es ist kapitalistische Lüge. Weil ich kann nur sagen, der beste Spieler hat gewonnen. Ja, und dann mal was ganz Seriöses. Nein, das singt, äh, ganz ruhig. Transplantation-Formation. Transformation. Seriös? Ah, das ist gut.